Hä? Ey, guck mal her. Ist das Übersetzer? Sag, hallo. Hä? Ich darf unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann begrüßen und damit gleich die Pressekonferenz die Fragerunde eröffnen. Bitteschön, wer möchte die erste Frage stellen? Welche Sprache muss ich übersetzen? This place in the middle. Julian, hier ist dein Übersetzer, bleib ruhig. Ich hab auch keine Ahnung von Russisch-Stamm in der Kömmel. Er meinte irgendwas mit Neuer, Dekka. Freestyle einfach. Ja, was soll ich sagen, Dekka? Er ist doch älter als du. Für mich ist Manuel auch ein AB, auch wenn er selber nicht weiß, was das bedeutet. Stabil, Julian. Oder? Was soll ich sagen, Bruder? Entschuldigung, Julian, ich bin vom Bildschab auch in Frage. Bild? Sportlich oder? Wegen ein Sportler, wegen Kimmich. Rona. Corona? Rona? Ja. Ja, lass mal. Hä? Wieso darf man sich mal fragen? Was soll das? Willst du kämpfen? Was? War nur Spaß. Würdest du eine Frau schlagen? Sehe ich aus wie Kuchen-TV? Was? Was?